Die vier besten Apple-Handys, entdecke die Top-Produkte Ich habe vor kurzem das generalüberholte Apple iPhone 12 Mini mit 64 GB in schwarz gekauft und ich bin absolut begeistert davon. Der Prozessor ist sehr schnell und das Display ist einfach atemberaubend. Die Kamera ist auch unglaublich gut und ich bin beeindruckt von der Qualität der Fotos und Videos, die ich damit aufnehmen kann. Außerdem ist das iPhone 12 Mini sehr kompakt und handlich, was es perfekt für unterwegs macht. Ich würde dieses generalüberholte iPhone jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen Smartphone sucht, das dennoch erschwinglich ist. Ich habe das Apple iPhone 8 64 GB in der Farbe Space Grau erworben und ich bin wirklich zufrieden damit. Es wurde als generalüberholt verkauft, aber es sieht fast wie ein brandneues Gerät aus. Der Prozessor ist sehr schnell und das Display ist gestochen scharf. Die Kamera ist auch sehr gut und macht tolle Fotos. Außerdem ist das iPhone SIM-Log frei, was es mir ermöglicht, meine eigene SIM-Karte zu verwenden. Ich würde das iPhone 8 auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe das Apple iPhone 12 generalüberholt in weiß mit 64 GB und bin bisher begeistert von meinem Kauf. Die Größe des Bildschirms ist perfekt und die Kameraqualität ist fantastisch. Ich hatte noch nie ein iPhone und war am Anfang skeptisch, aber es hat all meine Erwartungen übertroffen. Die meisten Anwendungen laufen reibungslos und das Betriebssystem ist einfach zu bedienen. Auch dass es SIM-Log frei ist, macht es für mich noch attraktiver. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen, der ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Smartphone sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Apple iPhone 11 128 GB in rot, generalüberholt. Das Telefon funktioniert einwandfrei und sieht aus wie neu. Die Kamera ist fantastisch und die Leistung ist großartig. Ich habe keine Probleme mit der Batterie und es ist schnell aufzuladen. Es war eine großartige Wahl, ein generalüberholtes Telefon zu kaufen, da es viel günstiger war als ein brandneues Telefon, aber immer noch die gleiche Qualität hat. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.